Hallo, ich bin Danny Dyer. Und ich bin Ellie Taylor. Wir moderieren diese geniale Show auf Netflix, bei der die Kandidaten schummeln dürfen und sogar sollen. Und du weißt, woran man Betrüger erkennt? Ach Ellie, du musst nur genau hinsehen. Wie denn? Na, wenn die Antwort mal zu lange dauert. Oder viel zu schnell kommt. Auch wenn der Kopf hoch und runter geht oder umgekehrt, bevor sie den Mund aufmachen. Aha. Manchmal ziehen sie Grimassen. Okay. Oder starren ins Leere. Also schauen sie immer gleich, egal ob sie betrügen oder nicht. Nein, Ellie, achte drauf und mit der Zeit wirst du den Unterschied sehen. Komm, wir üben das jetzt in der hinterhältigsten Folge und denk dran, bleibt schamlos. Leere. Leere. Untertitelung des ZDF, 2020